ja okay und weiter geht bei der dritte mehr zwei und wir feiern keine kreativen eröffnungen werden und das ist die sie sicher 3 Prozent 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 was wir spricht mit der Nachbarkeit er ist er ist das ich erde nicht um ich sagte er und das war jetzt ein bisschen doof von mir meint er nicht das kann ich eh keiner mehr der Aufmerksamkeit das was wir so können wie es geschrieben hat und das vor allen Dingen und ich werde bei mir bei Facebook findet wegen der Info der kriegt ein Keks bist du ruhig bist du ruhig weil wenn die mich finden da finden die dich auch mehr Prozent Ehe hier hat wenn sie jetzt mal lieber nicht und sie kriegen kein Keks H nachkommen heute sind die Art Schuhe es ist denn sie ist so wie deine Abonnenten ein paar sie haben es ja nicht suchen wenn ihr mich nicht sucht dann kriegt die einen Keks Halt habe ich es aber mit denen Prozent wenn ihr so geht es und war und auch kommt ich habe ich habe eine Idee was du um die Staaten können ist er wird sich nicht ganz gut und um Prozent aufnehmen ich weiß um um warum sagt sie hier wird die die weil ich das später sehe und wenn sie meinen Gedanken um ich hab jetzt voll eine geile Idee aber das sei ich lieber nachher in dem Video oder in mich in dem Video um Prozent Prozent und da wird es in dem wenn ich von den Englisch zu reden er ist ein erländerte Eindrund reden Prozent die Arten genau ein kenspick in die Städte gilt But I think that's so boring if I only speak in English. So I, ähm, oh, 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 äh, tausche Englisch, Englisch und German together. Oh Gott. Äh, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, pff, ähm, ja, pff. Ich bin jetzt dankweilig, mit Deutsch zu reden, das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen. Ja, äh, ja, oder nur Englisch. Fell. Die machen nur so, ha, 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 ha. Die Viecher, da wenn du die, die so umfährstern, die machen so, ha, 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 ha. Ich dachte, die Spree. Stimmt jetzt, auch wenn Alina ein Glitzfeld machen wollte. nach obwohl das haben schon mal es ist die Beinheit gegründet nein nicht in diesem Let's Play wir haben einen kürzlichen Punkt mein Gott was ich guck hier der Parts wie das hast du denn gesagt Herr hat mich gewollt gekocht von Irak englige Erleicht ich bin der Stiftung steigend er ist nicht gut aus abzuleben musste immer gab und das ist nicht mehr als gut abgaben das gibt eine Stunde das weißt du schon 15 Minuten ist nicht ab und 3 der von gesehen zu 30 Minuten die Führung drüber was hast du denn gesagt um ein Gott ich muss da drauf lassen stimmt das bestätig ist ein Prozent er hat hier ist noch nicht gesehen doch hier er muss um den Kumpel aber ich kann ein bisschen total verstört um ein Gott wie putzig du bist ich wollte die Städte und wir werden doch wenn du musst rechtslanden auf diesen größeren Teil da So, ähm, du stellst das Schneebububi jetzt mal bei der, ähm, bei der Rampe da so ab, ne? Und dann laufen wir mal zu Fuß. Dann laufen wir mal zu Fuß dahin und checken die Lage ab. Da, rechts, rechts, rechts. Ja, da musst du hin. Oh Gott. Mann, äh, ich, äh, welcher, war das eher am Ende des Videos, ganz am Ende des Videos, oder? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt fragt sie mich in meinem Let's Play, ob ich noch weiß, was ich in meinem Let's Play gesagt habe und wann. Oh Gott. Nein, ähm, wow. Und deswegen laden wir jetzt. Yes. Ich mach das mal auf 50 Minuten. Äh, ich hab das einfach in der Mitte oder so gesagt, mal so. WCS! Hey, ich hab doch alles gesehen. Yay! Mit Dose. Dead. Hä, warum geht die Wand nicht kaputt? Ähm, wo? Ah, Lisa. Was? Wie bitte? Warum geht die Wand nicht kaputt? Äh, hier war ich. Diese graue, komische Wand am Ende der Rampen. Genau genommen, die da hinten, äh, die da oben. Äh, ich steck mal, wenn, laden, ich steck mal vom Schnellmobil ab. Äh, ich weiß nicht mal, wie man absteigt. All links oder rechts. Jetzt gehen wir da mal zu Fuß hin. Das sind Blöcke, die man schieben kann. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Nein. Nein, 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 schaffst du nicht. Ja, geh ich links hoch, ja. Dann die Öffnung da und so. Oh mein Gott, was hast du denn gesagt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum zur Hölle? Ach, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab extra nicht gesagt. Oh Gott. Alter. Dieses Mädel macht mich noch fertig. Und meinst du mich jetzt, oder? Beide. Beide. Oka. Oh Gott. Hey, wann hast du das Ding gesagt? Ich hab noch's als aufguckt. Ach, hallo. Ich muss sich doch von ganz vorne gucken. Nein. Ich weiß aber, die Hälfte des Wies in ungefähr 30 Minuten. In 27,00. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, dass ich's gesagt habe. was hast du denn genau gesagt ist die ich weiß selbst nicht mehr genau ich weiß nur dass ich dich erwähnt habe dass ich zwar erwähnt habe dass nicht wenn wir noch erwähnt Prozent keine Ahnung ich guck mir jetzt mal irgendwie sehr gesehen 6 26 Minuten an ich gehe gerade mal in den Kunstkunst durch Tadaa Tadaa Oh ja, leck, oh Speichern und der MK hat es verkackt ist das zum Kotzen was? eine Stelle suchen, ja das kenne ich aus anderen Videos und da ist ihr Internet weg und da ist ihr Internet wieder da Stimmt jetzt ab für besseres Internet äh, waa Bei mir stand grad, dass du auf bist und eben bist du wieder angekommen und mir sei es, dass ich aufgegangen bin Ach so, ja das ist ungewöhnlich, dass mein Internet weg ist Eben also, dass mein Internet verarscht mich und würde mir weismachen, dass es nicht immer nur an seinem liegt sondern dass du schuld sein sollst so, wer das verstanden hat, ne kriegt ein Kegs der drückt mit 4, da der kommentiert 4 die 3, die jetzt 3 und wer hat mich noch angesprochen ah ne, zwei Leute haben mich nicht mehr angesprochen einmal du und äh, die Marco Listen dritte jetzt den Marco Listen bei denn das ist keine Sekte, sondern ein äh, what ich hab kaum das Video gestanden, denn warum ist denn weg? äh, wot ihr ein gut hier 5 Horr war ja, schätze ein Jau du hast ja wunderschönes Profilbild in Skypen guck sie schnell zwei Minuten an AHA weil ich sonst nichts anderes sehe 8 Uhr ja aber ich habe die Idee nur durchsiegelte mir und ich nehme die k im Moment links oben bin ich zu sehen ich sehe mich nicht abkriegt 5 gibt es einen Trick hierbei darüber zu kommen äh ja mit Strong ähm wirst du schneller ach schön dass ich das auch mal fahr äh mit Strong wirst du ähm schneller ja ich hab geschaut wenn er nicht mit übernehmen und wenn ich die Runde dann speichere ich was in der einen bevor ich explodiert Speicher mein Herz ist heute sieben die ein Ziel ja ich sag ja Prozent Prozent das nicht warten ich muss jetzt absteigen und da hochklettern Helmholtz und sagt nein wenn es ja ist was nein auch kommen ich bin gerade die Sohn ich habe mich so verpflichtet es ist das Beratet Fenster wieder recht gut nur voll mit haupt so der Scheiße hier voll will ja schön ich sehe dich die Verhandlungen um da dürfen ein damit zu bleiben das ist so sei es dass wir nicht jeden Fall stimmt jetzt ab wenn ihr nicht jugendfrei waren nein achten lieben ich weiß es heute mit einem äh ich bin ja und er hat er in der Linie ja der Eker auf den Segel hat er genau heute aufgenommen worden sagt er schreibt heute ein Kommentar Aachen ein Prozent ich glaube es hat er halt einfach nur ruhig sein ich sollte heute mein Gehirn nicht mehr weiter auf auf er wird und mein Gott scheiße mehr schreibt sie dazu nicht Prozent Prozent er hat einen Tuten im Hintergrund Prozent weil Alisa aufgelegt hat und jetzt ein Lachflash hat und ich hab grad wogelt und und da ist Lara Arnold explodiert ja erneut Alina Prozent 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 ein Teil der Richtung Prozent 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 da liegt nebenauf dem Nein, 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 nicht böse, nein, 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 nicht böse sein, das war, oh fuck, das kann ich wirklich fluchen, ach nein, ich lasse es, pssst, die Bräuchern fluchen, schon wie verrückt. Fuck, tut mal leid. Ich höre Alisa sonst nur fluchen, wenn du die Tomb Raider spielst, aber wer tut das nicht? Mir bitte? Mir bitte? Ich sagte, ich höre dich nur fluchen, wenn du Tomb Raider spielst sonst. Ah ja, ah, ja, unsere, ja, 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 wir wollten die Tomb Raider 3 zusammenspielen, dann musstest du dir am Urlaub oder war ich fertig? Naja, ein bisschen, dass du nach mir. Jetzt macht sie mich wieder... Nein, das war doch, ach Gott, nein, das war doch jetzt gar nicht gegen dich. Quatsch. Und jetzt speichern wir und drücken nicht entfernen, sondern escape, ach komm, ich hab's heute mit meinen Tasten, nein. Und dann bringen wir den da um. Guck mal, der, ähm, der... Ja, ich hab's auch gesehen, dass ich die falsche Waffe genommen hab. Und weil ich die falsche Waffe genommen hab, bin wir jetzt in den Tod. Nein, natürlich nicht. Wir haben aber den da um, der eben schon keine Munition liegen gelassen hat, ist mir auch wenn egal. Ja, aber der hat Munition liegen gelassen, lasse ich. Oh, so mini, Peck. Lass die mich nicht mehr ausreden, fällt mir sofort ins Wort, wenn ich verspreide, weil ich weiß, ich weiß, ich weiß sogar schon fast, was sie als die Spieler hier liegen lassen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann soll sie nicht freak sein, ey, dann, ah. Das macht mir selbst sogar Angst. Hier, da ist es nicht so viel Vollgas wissen, oder? Nope, der lässt nicht liegen. Hä? Hä? Du habe Spoiler schon. Hä? Der auch nicht. Hier ist mein Rechtsschutz. Und vor diesem gewaltigen Sprung speichern wir. und bis zum nächsten Mal ich bin ein Kind ja schon Tissi